Die hocken sicher zuhause und sagen ja, was ist das, es gibt hier sicher. Ihr checkt jetzt schon was ich meine, oder? Wie gesagt, auf Schweizerdeutsch, es klingt alles ein bisschen komisch. Auf Albami, es klingt halt alles anders. Es klingt halt alles viel krass. Stehen an mir, my friend. Stehen an Rieb, my friend. Not an Rieb, my friend. No, no, no. Ich komme aus Wetzigen, ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich habe dort all den Scheiss gemacht und durchgemacht und was auch immer. Aber es geht halt um die Haut, so in diesem Stil. Du siehst uns täglich in town, den Jay am Schrauben. Ich würde am liebsten weg von da, aber ich habe mich verliebt in die Blaulichtmelodie von der Buller. Ich habe drei Schwestern, die sind alle älter als ich, die haben früher immer MTV laufen lassen. Und ich weiss noch wie Backstreet Boys, Everybody oder wie heisst das Lied, das ist gelaufen im Fernsehen. Ich habe mir den Film Street Style etwa 700'000 Mal angeschaut. Und dann habe ich das von dort abgeschaut. Der zweite Part fängt dann so an. Dort laufe ich übrigens auch böse aus dem Blog raus. Dort hast du den Clip gesehen, Pablo? Sicher. Jena nja per juf mon babes, nogmanin per juf dit, jena stone babes. Piiiich, da rauslaufe aus dem Blog. In jedem Fall ist alles im WC gedreht worden. Jena nja per juf mon babes, nogmanin per juf dit, jena stone babes. Wir bleiben eins, für immer. Babes, das heisst so wie Vater, das ist so etwas, das ist wie Homie. Babes. Jeden Tag sind wir stone babes. Das ist nicht lange her, seit ich mit dem Albanisch angefangen habe zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spass macht, so auf meine Muttersprache ein bisschen. Und das ist tatsächlich so, dass ich mich auf Albanisch bei einer Sache viel besser formulieren kann. Life is a bitch, a cheater noten, das Leben is a bitch. Piepsi, die ganze Nacht. Pablo, sorry. Alles gut, Bro. Steu in a mir, my friend. Steu in a reap, my friend. Noten, nogmanin, dreap, my friend. No, no. Das ist so, aber so geht es uns gut, weil ich sage ja, wir sind gefangen da und keiner gehört uns. Aber so geht es uns gut. Genau so sind wir aufgewachsen und wir wollen es auch nicht anders, so in dem Stil. Es hat wirklich viel Bedeutung, der Song. Mit dem wollte ich so einen Song für meine Hut machen auf meine Muttersprache. Das war so etwas für mich, was ich gedacht habe, dass es ein Muss ist. Und darum ist der Song auch entstanden. Und ich finde, er ist brutal. Er ist böse. Das war so etwas. Bis zum nächsten Mal. Los 5-2-4-4-4-5-5-2-4-4-5-4-6-7-5-5-7-8-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-5-5-5-5-5-5-5-3-5-6-5-5-5-5-5-5-6-6-5-6-5-6-5-6-5-7-6-6-6-5-5-6-7-5-6-6-7-6-5-4-6-6-5-5. Bis zum nächsten Mal.